Willkommen zur Stand-by-Face. Ich bin euer Gonzo und das ist mein Format, in dem ich euch erkläre, wie Yu-Gi-Oh! eigentlich funktioniert und gespielt wird. Ich habe hier einige Karten für euch rausgesucht, denn jetzt ist es an der Zeit, euch zu erklären, was es mit den verschiedenen Karten auf sich hat und welche Karte eigentlich wo reingehört. Ich habe schon gesagt, wir haben ein Extra-Deck und wir haben ein Main-Deck. Jetzt wird mal geklärt, welche Monster kommen eigentlich wo rein. Ich zeige euch ein paar. Ich habe leider nicht alle da. Ich habe weder Pendel-Monster da, noch habe ich Synchro-Monster da. Weil ich gerade einfach nicht weiß, wo die sind. Wahrscheinlich irgendwo in einem Ordner eingeordnet. Ich habe mehrere hundert Karten irgendwo rumliegen. Und die Synchro-Monster sind weiß. Wie wir sie beschwören können, dazu kommen wir gleich. Und Pendel-Monster haben oben eine Monster-Farbe, unten haben sie grün. Das kann oben weiß sein, das kann oben gelb sein, das kann oben orange sein. Unten sind sie dann grün und sie sind gleichzeitig Zauberkarten, die eventuell einen Effekt haben. Und eine Monster-Karte und werden in die Pendel-Monster-Zonen gelegt. Können dort ihren Effekt wirken, eventuell sogar ein guter Zauber, der dauerhaft wirkt. Und wenn die Pendel-Beschwörung eingeleitet wird und man hat zwei Pendel da, darf man so viele Monster, die zwischen den beiden Pendel-Werten liegen, beschwören, wie man will, als Spezialbeschwörung. So, haben wir schon mal vorgegriffen. Gehen wir zur ersten Karte. Hier nennt man auch Vanilla die Normal-Monster. Der weiße Drache, sehr legendär. Ihr seht ein Acht-Sterne-Monster. Diese Monster kann man normal rufen, wenn man zum Beispiel zwei andere Monster als Tribut anbietet. Kann natürlich auch Spezialbeschworen werden, wenn ihr den irgendwie abwerfen dürft auf den Friedhof. Und ihr habt eine Wiederbelebung, dürftet ihr den auch einfach wiederbeleben. Keine Sonderbedingungen, die vorher haben stattfinden müssen, damit man den rufen kann aus dem Friedhof. Nehmen wir jetzt Effekt-Monster. Effekt-Monster haben einen Effekt, der steht hier. Manchmal sind das Rufbedingungen, manchmal sind das Sondereffekte, die geleistet werden können. Und hier geht es darum, dass dieses Monster gar nicht normal beschworen werden kann. Es braucht tatsächlich eine Ritual-Zauberkarte, obwohl es gar kein Ritual-Monster ist. Und darf nur unter bestimmten Bedingungen existieren. Ist aber, solange es auf dem Feld ist, immun gegen Kampfschaden und wird in jeder Runde stärker. Exodia-Nekros. Eine sehr schwer zu bedienende Exodia-Karte. Zu denen kommen wir mal ein anderes Mal. Irgendwann mal. Dann haben wir Ritual-Monster. Ritual-Monster können nur aufs Feld gebracht werden, wenn ihr eine dementsprechende Ritual-Zauberkarte aktiviert. Und auf der Zauberkarte steht, für welches Monster sie eigentlich geeignet ist. Und wie die Bedingungen sind. Zum Beispiel müsst ihr Karten aus der Hand abwerfen, oder Monster aus der Hand abwerfen, oder vom Feld opfern, um dieselbe Sternenanzahl zu erhalten, wie das Monster, was ihr rufen wollt. Wie zum Beispiel zwei Vier-Sterne-Monster. Dann habt ihr acht Sterne und dürft den schwarz glänzenden Soldat rufen. Das hier ist eine besondere Ritual-Zauberkarte, die viel später rausgekommen ist, als diese alte Karte, die wirklich schon sehr, sehr alt ist. Oh, erste Auflage sogar. Vielleicht verkaufe ich den mal. Eine sehr, sehr alte Karte. Und das hier ist eine neue Rufkarte, die mir sogar erlaubt, einen schwarzen Magier oder einen weißen Drachen aus dem Friedhof zu opfern, aus dem Spiel zu entfernen, um diesen hier rufen zu können. Also umso besser, wenn der Drache bereits weg ist, darf ich die dann rufen. Und diese Karten kommen auch ins Main-Deck. Das heißt, ihr müsst erstmal beide Karten ziehen und genug auf der Hand haben, oder beziehungsweise im Friedhof, um ihn beschwören zu können. Hier haben wir den blauäugigen Ultimativen-Drachen. Der blauäugige Ultimativer-Drache. Der hier kann nur besonders beschworen werden, nur spezial beschworen werden, indem er fusioniert wird. Er ist nämlich ein Drache und eine Fusion. Hier sind übrigens bestimmte Eigenschaften von Monstern aufgeführt, auch bei normalen Monstern. Und hier kommt dann halt der Text, der quasi spielentscheidend ist. Ganz nebenbei gibt es hier oben auch kleine Symbole, die mit Elementen behaftet sind oder halt Licht und Dunkelheit, was wichtig ist für bestimmte Beschwörungsarten. Meistens ist es allerdings unwichtig, es hat keinen weiteren Effekt. Es ist nicht wie bei Pokémon, wo Feuer gut gegen Pflanze ist oder sowas. Einfach nur Elemente. So, dieses Monster muss fusionsbeschworen werden. Dafür gibt es eigene Regeln im Regelheft. Ihr müsst eine Fusionszauberkarte aktivieren und müsst die Monster opfern, die hier aufgeführt sind. Drei weiße Drachen zum Beispiel, müsst ihr aus der Hand oder vom Feld tributieren, um dieses Monster fusions zu beschwören. Dafür braucht ihr nun mal halt erstmal die drei Drachen auf der Hand und die Fusionskarte. Oder eine Fusionskarte, die euch sagt, dass ihr diese Monster auch aus dem Deck raussuchen dürft. Es gibt inzwischen ganz, ganz viele Varianten von Fusionskarten. Wichtig ist, die Grundregel ist, ihr müsst die Karten aus der Hand oder vom Feld fusionieren. Außer die Zauberkarte sagt was anderes, dann schreibt sie die Regeln um. Diese Karte kommt ins Extradeck. Fusionskarten ins Extradeck. Hier haben wir auch schon eine Xyz-Karte, eine XYZ werden Xyz genannt. Das sind schwarze Monster, die auch im Extradeck warten. Und hier steht auch eine Sonderbedingung, wie sie gerufen werden kann. Zwei Monster der Stufe 4. Nun braucht ihr auf jeden Fall die Karten auf dem Feld, nicht in der Hand. Zwei Karten der Stufe 4 müssen auf dem Feld liegen. Wenn diese Karte beschworen wird, werden die beiden Karten, die auf dem Feld lagen, als Monster angehangen. Die werden unter die Karte gelegt. Und diese Karten haben immer einen Effekt, der besagt, wenn du ein Material abhängst, wird der und der Effekt aktiviert. Das geht dann halt nur so oft, wie ihr auch Material angehangen habt. Wenn hier steht zwei Monster, dann habt ihr zwei Monster dran. Wichtig ist, wenn diese Monster vorher einen Effekt hatten, als sie noch Monster waren und werden zu Material, sind sie nicht mehr als Monster. Wenn sie einen Effekt haben, der deren Zerstörung betrifft oder deren Wandern auf den Friedhof, da ist ein Fleck, dann wird der nicht ausgelöst, weil sie ja nicht auf den Friedhof gehen und weil sie nicht zerstört werden. Sie werden im Material umgewandelt und zählen nicht mehr als eigenständige Karten. Deren Effekt wirkt auch nicht mehr. Sie sind quasi nur noch Material. Wenn sie auf den Friedhof gewandert werden, wird der Zerstörungseffekt auch nicht eingeleitet, weil sie ja schon nicht mehr auf dem Feld lagen als Monster. Diese sind auch im Extra-Deck. Pendel-Monster übrigens, die Pendel-Monster, die ich eben erklärt habe, sind auch im Main-Deck. Die müsst ihr auch erstmal ziehen. Ihr müsst zwei Pendel-Monster haben, müsst ihr ziehen und Zauberkarten aufs Feld bringen. Die dürft ihr natürlich beide in derselben Runde aufs Feld bringen, sind ja Zauberkarten quasi. In dem Moment, um andere Monster zu beschwören, wenn ihr ein Pendel-Monster beschworen habt und das Pendel-Monster wird zerstört, geht es nach seiner Zerstörung nicht auf den Friedhof, sondern ins Extra-Deck und ihr dürft in eurer nächsten Runde, wenn ihr dran seid, wieder eine Pendel-Beschwörung durchführen und die Monster aus dem Extra-Deck oder von eurer Hand beschwören, wenn sie zwischen den beiden Werten liegen, der Pendel-Monster. So, dafür lest ihr am besten Pendel-Regeln. Immer, immer die aktuellen Regeln lesen, denn diese aktuellen Regeln verändern sich. Die Regeln, die ich erkläre, gelten auch nur für den Zeitpunkt, wo dieses Video gerade rauskommt. So, hier haben wir Link-Monster. Das ist das neueste Format, ist auch schon ein paar Jahre alt. Und diese haben einige Sonderregelungen. Galaxie-Augen-Sonnen-Eruptions-Drache. Mit denen habe ich mich gar nicht so sehr beschäftigt, mit den Link-Monstern. Wir sehen hier schon wieder, wie sie beschworen werden können. Zwei Licht-Monster, darunter ein Monster mit 2000 Angriffspunkten oder mehr. Wir müssen zwei Licht-Monster auf dem Feld haben. Wir müssen diese Opfern, die kommen auf den Friedhof. Und dann darf man den Galaxie-Augen-Sonnen-Eruptions-Drachen in eine der beiden Extra-Karten-Zonen legen. Und er hat zwei Pfeile nach schräg unten und verlinkt nun diese beiden Felder. Eine weitere Link-Monster-Karte. Ihr könntet sofort ein weiteres Monster verlinken, wenn ihr genug Monster hier habt, um sie auch zu opfern. Dann dürft ihr sofort weiter verlinken. Also ein Link-2-Monster. Ein Link-2-Monster braucht zwei Monster. Manchmal steht ja auch bei einem Link-3-Monster zwei Plus-Monster. Ihr braucht trotzdem drei Monster. Allerdings ist ein Link-2-Monster gleichbedeutend mit zwei Monstern, weil zwei Monster für ihn geopfert wurden. Das heißt, wenn wir ein weiteres Link-2-Monster berufen wollen, könnten wir ihn als zwei Karten nehmen. Wenn allerdings auf einem Link-2-Monster steht, dass man auch zwei Monster braucht, dann braucht ihr zwei Monster. Wenn auf einem Link-3-Monster steht, man braucht zwei Plus-Monster, heißt das, ihr dürft den hier benutzen und eine weitere Karte, ein weiteres Monster. Und das würde dann als drei Monster zählen, also als drei Verlinkungen, wobei es aber zwei Monster sein müssen. Deswegen steht hier nicht immer die Zahl, die auch hier unten steht, weil eventuell ein anderes Link-Monster benutzt wird, um ein Link-Monster zu beschwören. Und dieses Link-Monster zählt natürlich für mehr. Hier steht dann aber, wie viel man mindestens braucht, wie viele Karten man mindestens opfern muss, um das Monster zu rufen. Damit ihr nicht sagt, ich rufe meinen Link-3-Monster und opfere mein altes Link-3-Monster. Das geht nicht. Ihr müsst da schon ein anderes Monster mit reinbringen, wenn da steht, dass man mehr als ein Monster braucht, um das Link-3 zu beschwören. Ist verdammt kompliziert. Und weitere Link-Monster könnt ihr auch nur in die mit den Pfeilen verbundenen Link-Felder, Extra-Felder hineinrufen. So wird das ein bisschen, ähm, ein bisschen genervt. Weil man könnte ja immer weiter rufen, je nachdem, wie viel Material man hat. Und dann kann man ja auch ganz viele, durch Token kann man ganz viel Material rausbringen und dann immer weiter und immer weiter Link-beschwören. Das kann Minuten dauern, bis jemand durch ist. Ewig. So, dann sind auch die Synchro-Monster, die weißen Synchro-Monster, die auch ins Extra-Deck kommen. Ein Synchro-Monster braucht ein Empfänger-Monster und ein Nicht-Empfänger-Monster in den meisten Fällen. Das steht ja auf der Karte drauf. Dann braucht ihr die beiden Monster auf dem Feld. Und deren Sternenanzahl muss dieselbe Sternenanzahl haben wie das Synchro-Monster. Dann verbindet ihr die beiden, legt die weg und dürft das Synchro-Monster rufen. Das ist die Synchro-Beschwörung. Die haben keinerlei Restriktionen mehr. Für eine Weile war es halt die Extra-Monster-Zone. Inzwischen ist das abgeschafft. Die dürft ihr wieder überall hinsetzen. Kommen wir jetzt zu den Pfeilen- und Zauberkarten, die ich euch erkläre. Wir haben hier Feld-Zauberkarten. Also Zauber- und Pfeilen-Karten haben hier kleine Symbole. Ups, sieht man das überhaupt? Nein, sieht man nicht. So, da sind kleine Symbole über meinem Zeigefinger. Hier, seht ihr das? Mit so einem Kreuz haben wir eine Feld-Zauberkarte. Die legen wir hier hin. Die wird ausschließlich hier hingelegt. Und die löst Effekte für das gesamte Feld aus. Dann haben wir eine Schnell-Zauberkarte. Wer kennt sie nicht? Die Sündenböcke. Eine Schnell-Zauberkarte könnt ihr entweder in eurem Zug aus der Hand sofort aktivieren. Oder, wenn ihr sie im gegnerischen Zug benutzen wollt, müsst ihr sie verdeckt legen. Und dürft sie aber auch erst zu Beginn der nächsten Runde aktivieren. Nicht mehr in eurem Zug, wenn ihr sie einmal hingelegt habt. Macht nicht den Fehler. Der schwarze Anhänger. Das ist eine Ausrüstungs-Zauberkarte. Die haben auch ein Kreuz, ein bisschen dickeres Kreuz. Die muss an ein Monster gehangen werden. Das auch damit ausrüstbar ist. Also ein offenes Monster. Wenn das Monster durch einen anderen Effekt verdeckt wird, in die verdeckte Verteidigungsposition. Oder wenn das Monster zerstört wird, was damit ausgerüstet ist, wird auch diese Karte zerstört und geht auf den Friedhof. Hier haben wir eine Fallenkarte. Ich habe ein bisschen wenig Fallenkarten. Hier ist eine normale Fallenkarte. Eine ganz normale. Die darf man in seinem Zug legen. Die Permanent-Zauberkarte, Permanent-Fallenkarte auch. Die hat hier ein kleines Unendlichkeitssymbol. Darf erst im nächsten Zug aktiviert werden. Der Unterschied ist, eine normale Fallenkarte wird aktiviert und geht nach der Wirkung auf den Friedhof. Eine Permanent-Fallenkarte bleibt einfach permanent, außer es steht irgendwas anderes auf der Karte. Oder sie wird von einer anderen Karte zerstört. So, Zauberkarten. Generell könnt ihr die Zauberkarten in eurer Mainphase oder Mainphase 2 aktivieren. Halt nicht wie die Schnellzauberkarte, die ihr ja immer in eurem Zug aktivieren könnt, wann ihr wollt. Diese Karten könnt ihr nur in der Mainphase 1 und Mainphase 2 aktivieren. Hier haben wir die Doppelbeschwörung. Man darf zwei Normalbeschwörungen durchführen in einer Runde. Dann dürft ihr das auch machen. In der Battlephase natürlich nicht. Nur in der Mainphase. Wenn der Effekt ausgelöst wurde, kommt ihr auf den Friedhof und ihr dürft zwei Beschwörungen machen in dieser Runde. Die Millenniums-Enthüllung ist eine Permanent-Zauberkarte. Da seht ihr wieder, na, hier. Ich hoffe, man sieht es. Das Unendlichkeitssymbol, die bleibt einfach liegen. Außer es steht da was anderes. Diese Karte kann man, glaube ich, als Tribut anbieten. Man darf sie von sich selbst aus auf den Friedhof legen und einen weiteren Effekt auslösen. Bis dahin bleibt die aber hier. So. Und jetzt haben die Karten verschiedene Geschwindigkeiten. Jetzt suche ich mal ein paar raus. Was haben wir da? Effektmonster hat eine Geschwindigkeit. Normaler Zauberfalle. Ansonsten, glaube ich, nichts Großartiges. Fallenkarten. Was mir jetzt fehlt, ist eine Konterfalle. Eine Konterfalle hätte hier, anstatt eines Unendlichkeitssymbols, einen kleinen Pfeil. Ich glaube, einen halb gedrehten Pfeil. Bin mir gerade nicht sicher. Jetzt geht es um Zaubergeschwindigkeiten. Effektmonster haben die Zaubergeschwindigkeit 1. Außer es steht da Schnelleffekt. Der Schnelleffekt hat Zaubergeschwindigkeit 2. Zauberkarten, ups, nein. Zauberkarten, normale Zauberkarten, die ihr nur in eurer Mainphase benutzen dürft, haben die Zaubergeschwindigkeit 1. Schnellzauberkarten haben die Zaubergeschwindigkeit 2 und sind die einzigen Zauberkarten, die die Zaubergeschwindigkeit 2 haben. Fallenkarten haben immer mindestens Zaubergeschwindigkeit 2. Es gibt keine Fallenkarte, die nur Zaubergeschwindigkeit 1 hat. Es gibt Konterfallenkarten, die ich gerade nicht hier habe, die haben Zaubergeschwindigkeit 3 und sind damit die schnellsten Zauberkarten überhaupt, beziehungsweise Geschwindigkeitseffektkarten, wie auch immer, überhaupt. So, warum dieser Unterschied? Ich habe euch im letzten Video erklärt, der Spieler, der am Zug ist, hat immer die Priorität. Der Spieler, der dran ist, darf eine Aktion machen und ihr dürft auf diese Aktion reagieren. Dabei geht es um Geschwindigkeit. Ihr könnt auf eine Zaubergeschwindigkeit 1 nicht mit einer Zaubergeschwindigkeit 1 antworten. Das heißt, wenn der Gegner einen Monster-Effekt aktiviert, der zum Beispiel durch Würfe einer Hand ab und so getriggert wird, gestartet wird, könnt ihr nicht einfach die... Nein, die Millenniums-Enthüllung aktivieren, die kann ja sowieso nicht im gegnerischen Zug aktiviert werden. Ist ja auch eine Zaubergeschwindigkeit 1, also es geht nicht. Deswegen geht es auch einfach gar nicht, weil sie Zaubergeschwindigkeit 1 hat. Ihr müsst mindestens mit Zaubergeschwindigkeit 2 antworten. Das heißt, eine Schnellzauberkarte, die verdeckt auf dem Feld liegt oder eine Fallenkarte, die verdeckt auf dem Feld liegt seit dem letzten Zug, dann dürft ihr darauf reagieren. Der Gegner darf darauf auch wieder reagieren, weil das eine Kette ist. Ihr verkettet diese Aktionen aneinander und auch er darf jetzt mit einer Zaubergeschwindigkeit 2-Karte darauf reagieren. Also ab der Stufe 2 darf man mit 2 reagieren. Auf 1 nicht mit 1 reagieren, denn 1 darf immer nur der Start einer Kette sein und 2 kann drangehangen werden. Weitere Zweier können drangehangen werden, bis jemand eine 3 dranhängt, eine Konterfallenkarte. Und dann kann man wiederum nur noch mit einer weiteren Konterfallenkarte reagieren, weil das die schnellsten Karten sind. Ihr könnt nicht mit einer normalen Karte, mit einer normalen Fallenkarte, auf eine Konterfallenkarte reagieren, weil die zu langsam sind. Also am Ende seid ihr bei 3 angelangt und ihr dürft nur noch Konterfallenkarten mit der Geschwindigkeit 3 gegeneinander ausspielen. So, das ist verdammt kompliziert. Wenn ihr so eine Kette gebildet habt, in der ihr Aktion an Aktion angehangen habt, ist es wichtig, dass ihr nun alle Aktionen rückwärts auslöst. Zuerst die letzt aktivierte Karte, dann die davor, dann die davor, bis ganz am Ende der Effekt des ursprünglichen Monsters endlich ausgeführt werden darf oder halt nicht, falls irgendwo in der Kette steht, dass der Effekt des ursprünglichen Monsters annulliert wird. Wenn da nicht steht, dass der Effekt annulliert wird oder der Effekt einer anderen Karte annulliert wurde, wird dieser Effekt in der Kette ausgelöst. Selbst wenn eine der Fallen- und Zauberkarten das Monster inzwischen zerstört hat, selbst wenn das Monster nicht mehr da ist, wir müssen die Kette weiterführen. Sofern nicht steht, der Effekt wurde annulliert, dann wird nämlich der Effekt der Karte am Ende trotzdem noch ausgelöst und wir haben die ganzen Karten umsonst aufgelöst in der Kette. Oder ihr habt einfach nur aus Spaß eine Kette gestartet, um was anderes auszulösen. Das ist verdammt kompliziert. Am besten ist es, wenn ihr euch mit einem Videospiel da reinarbeitet. Die Videospiele halten sich automatisch an diese Kettenregeln und zeigen euch, welche Karten ihr überhaupt benutzen dürft und welche nicht. Vielleicht könnte ich anschließend im nächsten Video eine Runde aus Link Evolution zeigen, um euch die Regeln zu verdeutlichen. Ansonsten glaube ich, sind wir ja soweit durch. Ihr könnt jetzt euer eigenes Deck bauen. Und wenn noch Fragen bestehen, schreibt sie in die Kommentare und wir können die Fragen im späteren Video nochmal durchgehen. Und wenn ihr mich unterstützt, wäre auch schön, teilt das Video auf Social Media oder die anderen Videos einfach mal überall. Mal gucken, ob es Anklang findet. Mal gucken, ob irgendwelche Leute verstehen, wovon ich rede. Und wir können alle dann zufrieden weiter Yu-Gi-Oh! spielen. Ich bitte noch mehr Leuten. Macht's gut. Ciao. Danke. Bye-bye. Euer Gonzo.